Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde GTA 5 Custom Maps. Heute nochmal alleine am Start und mal wieder eine Map von GTA 5 DX, meine Freunde. Und dann gucken wir mal, was es hier heute so gibt. Ob ich hier irgendwas reiße oder nicht? Und hier, muss man hier oben drauf? Ja, oder? Ah, was mach ich da? Abgerutscht ein bisschen? So. Hallo, warum komm ich denn jetzt nicht hoch? So. Das haben wir. Die Map hatten wir meiner Meinung nach noch nicht. Falls wir die doch hatten, sorry. Aber ich glaube, wir hatten die noch nicht. Uh, okay. Das ist so ein bisschen so eine Trainingsmap, so wie es aussieht. So, okay. Da muss man aufs Dach. 20 Punkte hat die Map. Wir haben schon 6 jetzt. Wir ziehen gleich wahrscheinlich schon 7. Okay, man muss schon ordentlich Gas geben und so. Nein, ich komm nicht hoch. Komm ich da nochmal hoch? Darf ich das mit 5,8 hier? Da ist eine Kante. Aber, Trick 17, Freunde. Tadaa. Bisschen tricky. Okay. Was? Noch ein Stück weiter? Okay. Da war spätestens vorbei. Okay, okay. Hier kommt ein bisschen schwierigerer Sprung. Mal gucken, ob wir den schaffen. Ich nehme das heute übrigens mit OBS auf, weil ich ein bisschen spät dran bin. Wir haben schon kurz nach 13 Uhr. Und ab 14 Uhr habe ich immer eine andere Aufnahme. Dementsprechend geht das dann auch gar nicht, dass ich dann noch aufnehme. Ich meine, ich will hier immer pünktlich um 14 Uhr sein, aber ja, ihr kennt das ja, ne? Manchmal ist man es, manchmal nicht. Der hätte sogar von der Weite fast gepasst, aber die Richtung hat 0 gepasst. Deswegen ja. Hier bin ich immer ein bisschen zu weit. Da muss ich dann immer abbrechen und dadurch komme ich da nicht drauf. Ai, ai, ai. Ah, ich habe die Pinöpel schon außer Luft gesehen und dachte mir, kacke, die stehen im Weg. Oh Mann, äh, ärgerlich. Jetzt von der Weite auch wieder locker gepasst. Ai, ai, ai. Oh, schade. Das war der bisher beste Versuch, auch wenn ich da mega kacke aufgekommen bin. Jetzt habe ich es einmal, oder? Jawohl, das wird's. Okay, da vorne wird's ein bisschen spannend. Come on. Oh ja, den haben wir. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe sowas noch nie mit so einem Trippel-Ding gemacht. Double hatte ich schon mal, aber Trippel? Trippel hatte ich noch nicht. Alter Schwede. Ich würde sagen, an dem Punkt eine 15-Minuten-Challenge oder nicht insgesamt eine 20-Minuten-Challenge. Puh, okay, okay. Mal schön nach ganz hinten. Come on. Weiß es noch nicht ganz, wie ich das mache. Dass man oben auch noch genug Speed hat, um da auch noch hochzukommen, ne? Das ist halt... Und dann muss man noch da perfekt... Also nicht drüber fliegen. Nein, ich glaube, so viel Speed kann man da nicht aufbauen, dass man da drüber fliegt. Der Makacke von vornherein. Ein bisschen höher vielleicht, ne? Vielleicht mal vom Respawn probieren. Ii, ii, ii. Man muss ja auch immer noch eine gewisse Höhe haben, ne? Okay. Technik ist gar nicht so leicht, Freunde. Aber mal schauen. Bin mal gespannt. Ich erzähle von... Von nix... Oh, jetzt habe ich es geschafft. Äh, von nix anderem als, dass ich nach Paris fahre. Und, äh, bin echt mal gespannt auf die Reise. Oh, fast direkt im First-Fall. Bin echt mal gespannt. Puh. Das war knapp. Hey, wie soll man das machen? Aber da ist Bonk ganz hinten. Ich denke, ich muss noch zurückfahren, wie man das ja normalerweise immer muss. Jetzt muss man es. Auch komisch. Achso. Oh, nein. Okay, okay. Also, irgendwie da reinkommen. Schafft. Easy Game, Freunde. Hier ist so ein Teil. Oh, zu weit. Oh, nein. Oh, nein. Ah, was mache ich da? Oh, come on. Jetzt schaffe ich es nicht beim Respawn? Gerade habe ich es geschafft, jetzt nicht. Jetzt wieder. Wäre da dieser hässliche Baum nicht im Weg gewesen, ne? Ja, den Punkt haben wir auch. Easy peasy, lemon squeezy. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. First try, eh. Mit hipsters. Light und allem drum und dran. Nicht schlecht, ja schlecht. Alter, in einen Container? Bruder muss los. Wie soll das schon wieder gehen? Okay, 15 Minuten Challenge hier. An dem Punkt. Komm da doch nie hoch. Und ich sehe schon, ich bin dann oben und fahre über die Reifen und verkack's bei den Reifen. Garantiert. Man kommt hoch und weit, aber nicht so. Oder hab ich irgendwas verpasst? Irgendwas muss ich wohl verpasst haben. So, hab ich das noch nie gemacht. Sollte oben wahrscheinlich nicht mehr die Bremse noch halten, glaube ich. Ich probiere mal loszulassen. Oh, hat das was gebracht? Ich weiß es nicht. Schreibt's mal gerne in die Kommentare, ob das was gebracht hat. Oh, der war nah dran. Aber immer noch viel zu weit unten. Mindestens mal eine Motorrad- und Menschhöhe. Ich bin ja nicht da hängen geblieben. Eiei, das ist halt wieder so ein Lackversuch, ne? Irgendeiner wird sicherlich vielleicht klappen, aber ich weiß dann nicht, was ich richtig gemacht habe und was ich falsch gemacht habe. Sowas hasse ich eigentlich immer. Eigentlich wüsste ich einfach gerne, okay, was muss ich machen? Und das weiß ich leider nicht. Deswegen, äh, muss man da mal gucken, wie man das hinbekommt. Jetzt zum Beispiel. Das wäre so ärgerlich, wenn ich hier noch runterfalle. Die sind fucking reifen. Oh, ich hab den Punkt. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe als vorher. Echt nicht. Kein Plan. Und davon viel. Na, schade. Hallo, was ist denn hier jetzt los? Komm ich da über die Kante näher, oder? Doch, reicht. Ab dem Punkt, wenn nicht über die Kante gekommen. Hat man dann noch im Nachhinein gesehen, aber... Ist ja egal. Hä, wohin muss man? Ah, darüber. Wie soll man das wieder machen? Wieder so ein Ding, wo ich keine Ahnung habe, was muss ich machen. Oh, der war schon nicht komplett kacke. Aber okay. Ja, das war komplett kacke. Ich muss wirklich zurückfahren am Anfang. Umfassbar. Unfassbar. Okay, so irgendwie wahrscheinlich. Ja, so auf keinen Fall. Ja, so auf keinen Fall. Hä? Ist das irgendwie dumm? Was muss man da schon wieder machen? Ah, jetzt komme ich da nicht mal hin. Also, vieles, vieles für uns Neues heute. Vielleicht noch nicht die Folge, außer... Ach, come on. Ich vermute mal... Ah, Idee. Aber nein, oder? Oder? Ich weiß es halt nicht. Also, theoretisch wäre es möglich. Gucken wir doch mal. Ob wir es hinbekommen. Ah, fuck. Fast. Ah, schade. Ich weiß noch, wie ich am Anfang damit gekämpft habe, überhaupt in den Hipster-Slide zu kommen. Und mittlerweile... ...sind da gute Versuche auf jeden Fall immer am Start. Da brauche ich nicht mehr so lange, um da reinzukommen. Und vor allem, ich erkenne auch selber, dass man da rein muss bei manchen Sachen. Wo es nicht direkt ersichtlich ist. Das gefällt mir noch besser. Ich muss echt immer zurückfahren. Das finde ich ein bisschen nerviger. Aber naja, was willst du machen, ne? Ah, come on. Der ganze am Ende wollte ich schon mal ein bisschen runter, damit ich wenigstens in den Voidwalt komme. Aber... Ah, was war das? Der zieht mir halt direkt den Arsch da weg. So. 20 Minuten Challenge läuft, Freunde. Aber nicht für diesen Punkt, sondern insgesamt. Zwei Punkte noch. Eigentlich sollte... ...sollte ich diesen Punkt schaffen, auch nichts... ...ultraschweres mehr kommen, glaube ich. Ich glaube, das ist der schwerste Punkt der Map in der Tat. Für mich zumindest. Manche werden jetzt sagen, okay, die 5-8-Technik da. Manche werden sagen, dies, das. Ist ja immer unterschiedlich. War das so legit? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, aber... Manchmal muss man es nicht legit nehmen, Freunde. Okay. Eigentlich würde ich hier gerne den Controller kurz weglegen. Und das... Ah, beim dritten! Oh, nein! Also, eigentlich kann ich es auch mittlerweile mit dem Controller. Ganz okay, würde ich sagen. Nicht super perfekt, aber... Ihr habt das selber gesehen. Nein! Beim zweiten schon. Ah, ihr habt das selber gesehen. Ich bleibe eigentlich ganz okay drauf. Natürlich muss man dann gucken. Ah, direkt beim ersten. Und jetzt muss ich es ja eigentlich schaffen. Immer einer weniger und null geht ja nicht. Außer, ich verkack den Sprung. Ach, come on. Ach, Freunde. Ich probiere es jetzt einmal mit Tastatur. Nein! Ganz knapp. Ganz, ganz, ganz knapp. Okay, ich probiere es nochmal mit Tastatur. War eigentlich okay. Okay. Mit Tastatur, Freunde, kann ich es halt immer noch ein bisschen besser als mit Gamepad. Und ja, das ist halt einfach so. So, eine Minute, um ans Ziel zu kommen. Alter, wie mies ist das schon wieder? Was ist das für ein Zielpunkt? Es gibt doch eigentlich immer bei diesen Maps von GTA 5 DX, der Zielpunkt ist immer das Einfasseste. Okay, okay, okay. Ziel nicht verkacken. Jawohl. Jawohl, 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 Freunde. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao! 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 ! Ciao! ! ! ! !